Hey Leute, willkommen bei WiderladerTV. Wir sind heute in Dänemark und wollen Long Range schießen. Wir haben hier eine 600 Meter Bahn zur Verfügung. Ich zoome hinten an das Zielgebiet ran. Für Verwackelung später bitte ich um Entschuldigung. Das kann ich nur mit einem digitalen Zoom machen und der ist nicht ganz so stabil. Wie gesagt, die Entfernung 600 Meter und wir schießen auf Stahlziele. Heute zeige ich erst mal ein Video mit meiner Remington 700 in 308 Winchester. So und hier seht ihr mal ein Bild von dem Ziel, auf das wir schießen. Ich habe meine Hand dagegen gehalten, damit ihr annähernd die Größe erahnen könnt. Ja, Markus, bist du bereit? Fertig. Feuer. Höhe stimmt ganz knapp, drei bis fünf Zentimeter rechts am Hebel. Ja, mach mal. Jonas? Ja, bist du bereit? Fertig. Feuer. Treffer. Mitte. Markus, bist du bereit? Fertig. Feuer. Links daneben. Höhe stimmt. Aber ganz knapp. Ganz knapp. Jörg, bist du bereit? Treffer. Fertig. Feuer. Es sah so aus. Knapp oben drüber auf elf Uhr. Fertig. Das sind alles Trefferbären. Markus, bist du bereit? Fertig. Feuer. Fertig. Feuer. Feuer. Ich sehe die Kugeln fliegen. Ich sehe die Kugeln fliegen. Fertig. Feuer. Ganz knapp links daneben. Aber der ist nach rechts weg gegangen und da hast du vorbeigeschossen. Den hättest du auch getroffen. Fertig. Markus, bist du bereit? Fertig. Fertig. Ich würde sagen, knapp links vorbei. Den Einschlag habe ich nicht mehr gesehen, also das ist nahezu an der Kante lang. Wer ist jetzt welche? Bernd hat gerade Befnis genommen, denke ich. Ja. Markus, bist du bereit? Fertig. Fertig. Feuer. Deswegen sagtest du mit der kann ich nicht zusammen. Rechte Kante. Also fünf Uhr. Kurz daneben. Aber das sind Zentimeter. Verstellbereich zu Ende vom Glas. Ja. Markus, bist du bereit? Keine Vorneigung. Hat eure Lator keine Vorneigung? Nein. Fertig. Feuer. Treffer. Unteres Drittel. Bis zur Mittelsau. Du hast ja auch nicht so eine Vergrößerung. Je mehr Vergrößerung du hast, desto weniger Verstellbereich hast du. Markus, bist du bereit? Ist so. Fertig. Feuer. Rüber. Ja. Gedenkzentimeter drüber. Ich denke mal, das wird die Wolf-Munition sein. Ja. Das streut. Markus, bist du bereit? Ja. Fertig. Fertig. Feuer. Rechts vorbei, aber ganz knapp. Einfach wieder selber Haltepunkt. Bist du bereit? Fertig. Feuer. Wieder ganz knapp rechts daneben. Das ist rechts und links daneben. Ja. Du siehst das nicht wirklich. Ja. Das war rechts. Sepp, hast du auch geschafft? Bist du bereit? Moment. Ich sehe aber nichts. Ich habe ja mit der S&B den Ritten draufgehalten. Fertig. Feuer. Treffer. Fertig. 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 Treffer. Bist du bereit? Fertig. Feuer. Feuer. Neuer. Bede. 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 Links daneben. Treffer. Jetzt habe ich ihn wieder gesehen. Osten rechts.